Hallo, hier ist Franzi von Space Wallet und ich zeige euch heute, wie ihr aus diesem ganz normalen Geldschein dieses tolle Boot hier bauen könnt. Okay, wir legen uns den Schein vor uns hin, dann halbieren wir ihn wieder, setzen die Ecken genau drauf, streichen hinten fest. Dann setzen wir hier nochmal und markieren uns hier die Hälfte hier unten, machen nochmal auf und setzen dann die untere Ecke nach oben und die obere Ecke nach unten, damit wir hier so ein Dreieck haben. Dann setzen wir hier unten die Seite nach oben, streichen unten fest, machen das auf der anderen Seite auch wieder und legen es nach oben. Dann streichen wir unten fest und dann legen wir die Ecken hier jeweils hier hinten um das Dreieck herum. Und machen hier wieder schön fest und setzen dann an, dass wir das hintere Ecke auch nach vorne ziehen und wickeln quasi das Dreieck. Und machen das auf dieser Seite genauso. Jetzt haben wir hier so ein Dreieck liegen. Dann öffnen wir das und ziehen die Ecken aufeinander. und nehmen hier unten ist die geöffnete Seite und ziehen das Weg nach oben, streichen fest, machen das auf der anderen Seite genauso. Und dann nehmen wir die Daumen hier in diese Öffnung hinein, klappen es nach unten und ziehen dann mit beiden Fingern an den Ecken. Und schon haben wir das fertige Boot, das wir auch wieder als tolles Geschenk individuell verschenken können.